und hallo mein lieben freunde und ein ganz herzliches willkommen zu einer neuen runde Fortnite hier mit mir Let's Play eGamer bei eGamers Network TV ja da mein Epic Account geht habe ich mir gedacht kann ich aber wieder ein bisschen Fortnite zocken ein bisschen auf der Xbox aber ist ja sowieso egal ist ja eh Crossplay im Solo unterwegs letztes Mal habe ich eine gute Platzierung erreicht tatsächlich durch Glück weil ich mich halt versteckt habe das war also nicht sehr rumreich ist aber auch egal denn ja war ja das was ich machen wollte mich verstecken und campen aber es hat ganz gut funktioniert da dachte ich mir kann ich dann auch live streamen so dann schauen wir mal Gefährt hier ist irgendwie ätzend hä boah schlendert dann alter holy shit oh da hinten warte mal kann ich den Typen umfahren geht das weiß ich gerade gar nicht ja es geht sogar was äh das geht das funktioniert ach du scheiße das wusste ich gar nicht das ist ja voll mies du scheiße das war jetzt gar nicht so geplant ehrlich gesagt ich will hier raus hä lass mich doch hier raus wie komm ich aus dem Wagen hä hä verlassen halten ich wusste das nicht ups ja komm oh mies oh nee ich muss da lang da ist der Kreis so okay oh mies was hier ist irgendwas am stüssel ich habe irgendwas gehört nein auf mit dem scheiß ich habe gar keine Waffen eingesammelt oder so das ist ein bisschen schlecht glaube ich vielleicht sollte ich das tun ist das gut ich habe ein bisschen Schiss in den Hinterhalt zu geraten nein du Blödmann so gucken wir mal da ist auf jeden Fall noch Stuff hier danke oh ja schön kann ich gebrauchen das auch nehmen wir schon mal schön alles mit so äh ja danke dafür überlebender 50 verbleibende Spieler sehr schön danke okay hä ich habe ein bisschen Schiss vorne im Hinterhalt aber auch nur ein bisschen ist mein Buggy noch da oder hat hier mal jemand geklaut ne ist auch da ja passt ja geil also dann weiter geht's cruise 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 nee fail am besten umdrehen und weg vom Kreis kann ich eigentlich die Karte nicht hier ein bisschen verkleinert so ja okay ich muss hier lang okay rum 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 the battle rum ja geil mhm ist hier wer das kann auch meistens böse enden ne hä stopp wo ist die Dings hier okay die kann ich gebrauchen jetzt bräuchte ich auch ein bisschen mehr Muni was ist das denn was ist das hier an der Schottie okay hm okay hat zerstörte Objekte noch um den Erfolg zu hitten oh zwei ne drei so mehr hab ich sauber Levelaufstieg Level 8 passt ähm wo lang bin ja irgendwo am Arsch der Heide in der Mitte die werden hier sowieso alle auftauchen oh oh verpiss dich hier raus hier hä das ist kein Gegner ich höre hier irgendein scheiße das gibt's nicht so eine so eine Kacke man ich hab die doch voll am Kopf erwischt das gibt's doch gar nicht so eine Scheiße es gibt's doch gar nicht egal Platzierung 29 damit kann ich erstmal leben so und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Fortnite ich bin gespannt wie es weiter geht also schauen wir mal das Ziel ist es für mich immer so lange wie möglich zu überleben und unter den besten 50 zu kommen erstmal das ist immer mein Primärziel das kann natürlich auch mal richtig schief gehen ja let's go slipstream no oh okay da ist auch schon einer am stüssel scheiße die den hatten wohl schon viele dann guck ich mal oh oh ja ganz toll scheiße nicht gut hör auf damit der scheiße kacke man ich brauche irgendwas zu ballern nein oh oh wo ist der ich höre doch einen scheiße öh was ist denn hier am schlüssel nein dein ernst ich kann hier abhauen ja geil läuft boah wie schwein gehabt man was zur fickt man alter ich brauche waffen da danke können wir nehmen weiter geht's ne rüstung wäre vielleicht auch ganz gut gibt's rüstungen in fortnite weiß ich gerade gar nicht holy shit hä was zum fick ist da ich höre was oh oh ne danke ja hier haben wir was schönes nehmen wir doch mal das mit magazine hä da ist eine kiste hä was soll ich denn damit ne danke nehmen wir unsere schotty hier was ist das höh ein jungbrunnen nein muss mal eine schotty hä da ist ein reifen wofür überlebender 50 verbleibender spieler ich hab nichts getan ich hab echt nichts gemacht egal wir cruisen einfach weiter ich weiß nicht wo ich hier bin am arsch der heide aber ist egal rum dum dum da rum ja gehen wir mal hier lang dumm 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 da da wo sind wir denn hier schönes wo sind wir denn hier da oben auch wir cruisen um die welt wie es uns gefällt oh mein gott der sturm kommt oh mein gott was geht denn hier ab holy holy shit düs oh da ist jede menge stuff du scheiße was geht denn jetzt ab gewitter oder was äh gib mir das danke nein bist du verrückt der jungbrunn okay ich hab ein bisschen Angst äh äh bastard fucking spider man man gibt's doch nicht fucking glaube ich glaub ich jetzt nicht oder ach man meine verletzung ist 37 nur dann geht's gleich weiter unfassbar so da sind wir auch schon wieder in einem neuen match reingejoint so wo geh ich denn mal hin wo hab ich denn mal bock okay da wollen schon viele hin soll ich mal da hinten hin da ist eine schöne winterinsel na komm nur fliegen ist schöner bin ich doch mal gespannt was mich da erwartet denn ein sturm braut sich zusammen und da haben schon ganz schön viele dieselbe idee ach nee ole so damit kann ich nichts anfangen damit auch nicht shit happens wo kriege ich jetzt Waffen her wahrscheinlich von der Tankstelle aber was ist wenn da ein Gegner lauert yeah ich mit meinem Hammer hier oh da scheint noch keiner zu sein hä scheiße mach das Ding offen geht doch yeah läuft würde ich mal sagen aha das marschiert komm nehmen wir das hier mal mit ja wofür habe ich jetzt ist egal oh oh da hinten ist schon einer hm wo lang oh ne moment ich muss in den kreis das heißt schön nach oben damit komm mutt 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 dat mutt ich könnte natürlich auch umgeholzt werden von irgendjemanden mit ner snipe oder so das wäre jetzt natürlich sehr unschön noch 66 spieler das wäre auch nicht sehr rumreich für mich na komm dat muss besser gehen yeah einfach mal hier bisschen fliegen 100.000 points ja läuft kann man machen okay yeah aha das war shit 50 verbleibende spieler 46 ja 45 und hier sollte ich mal absteigen vielleicht ich hab so einen schönen waffen skin ich mag diesen rainbow waffen skin 43 spieler okay kann man machen ja ja so was hab ich davon gar nix scheiße hab ich lieber das hier ja wo muss ich hin die frage ist halt immer wo könnte eine massenansammlung von gegnern sein und wo kann ich mich sneaky mäßig ein bisschen ranschleichen ich hör was hau ab du dreck sau was ne dumme sau unfassbar nix ah okay 30 spieler nein hau ab du blöde sau unfassbar ja so kann man das natürlich auch machen aber hier könnte schon wieder sehr gefährlich werden oder du da 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 oh ein sniper ich bin weg oh da vorne das liegen irgendwelche waffen so nein ich wusste es dass das gefährlich werden könnte das wusste ich scheiße man nee oh da da ist was nettes nein hier ihr säcke oh gott ist mich doch irgendwer verfolgen oder scheiße nee eine granate oh oh Bullshit Bullshit scheiße es wird nicht gut enden ja oh düse nein scheiße ich bin am äußersten Rand der Karte das wird halt auch nicht gut enden ja wo bin ich da okay ich muss hier irgendwo in die Mitte rein top 26 spieler okay oh gott oh gott da verfolgt mich irgendein penner man oh hier ist schon gedöhnt digga was geht ja 124 24000 war läuft oh fuck das hier ist irgendwas oh da verfolgt mich ja oh nein ich hab nur noch 5 kp man scheiße ich hab doch nur noch 5 kp was willst du komm hier fliegen nur fliegen ist schöner oh nein aber nicht wenn man keinen treibstoff mehr hat oh nein ja scheiße das war klar deine platzierung 26 ja gut damit kann ich einigermaßen leben sehr schön dann schauen wir mal wie es hier weiter geht Mist man